Ja, der neue Swarmer ist kacke. Nein, Reaktor-Core. Scheiße, ich kann nicht mehr lesen. Demeter, Materiatschlacht. Demeter ist eine wichtige Betankungsstation für die AMC-Truppen, die den Sprung ins Grenzland wagen. Wenn du auf dem Titan eines Verbündeten Spielers mitreißt, schützen seine Schilde auch dich. Oh, das ist aber mein Lieb. Oh, die Best-French-Forever. Ein Rettich-To-Go. Er liebt mich, ich schieß nicht auf dich. Oh, Mann. Zeit für Schnüffler. So nennst du das Zeug, also. Zeit für Schnüffler. Zeit für Schnüffler. Ich muss mir so'n Star im Kinderfernsehen vorstellen. Zeit für Schnüffler. So Backstage. Der halt einfach die ganze Zeit so redet, weil er es immer im Persi tut. Oh, sch... Was? Was? Ich bin ungeben vom Dukes. Wie konnte er das tun? Er hat mich ausgeschaltet, deshalb hab ich meinen Schnüffler verloren. Was? Alles ist auf den Boden gefallen. Oh Gott, abspackt. Schnüffdammt, der Scheiße ist teuer. Oh Gott, das ist ja schlecht. Das ist ja schlecht. Was spackt hier alles ab schon wieder? Was da los? Gallum, wie sieht's aus? Ist der Adapter fertig? Ja, gleich. Es ist wahrscheinlich so angefangen, oder? Äh, doch. Er hat sich's fest vorgenommen. Ich brauch mehr Grey Slopes. Ich brauch mehr Grey Slopes. Jaja, klar. Lass dich Zeit. Bringen wir Grey Slopes. Ich hab kein Grey Slopes. Dann bringen wir welche. Dann bringen wir welche! Boah, fucksack! Dachte er, er könnte mich treten. Er hat falsch gedacht. Haha, aber rat mal, wer dich treten kann. Ich, ja, bam! Dann kommt einfach so ein Cowboy und tritt den Titan auf. Das wär, ich würd das so feiern, wenn das passieren würde. Es muss eine Art geben, wie immer Leute die ganze Zeit treten können. Die Titan ist Wasser. Der explodiert hat. Nein! Ich krieg den Kill nicht! Plus zwei Frag. Haha, gar blick. Stellen wir uns so eklig vor, da hat so ein Typ mit Revolver rum. Dreht sich nach links, schießt dich an, dreht sich nach rechtern Zeit und explodiert. Oh Mann. Fistful of Wrax ist toll. Fistful of Wrax ist wirklich cool. Fistful of Wrax ist wirklich cool. Fistful of Wrax. Leider hab ich nur ne Fistful of Wrax. Was? Der war gar nicht so schlecht. Der war echt gut. Der war echt gut. Der war echt gut. Kannst du doch nicht in unserem Club der schlechten Mütze mitmachen. Ja, raus hier! Der ist ja gut! Wartet nur auf den nächsten. Ey, ich kann auch noch einen bringen. Mann, der ist echt schlecht. Komm schon, Callum, hilf mir. Haha. Callum, der meiste der schlechten Mütze. Das vorstellen wir so, in so einer... Oh Gott, was spackt denn jetzt hier schon wieder ab? Weißt du, diesen alten erziatischen Film? Ja. Ja, genau so ein Meister. Nee. In so Callum. Hallo, was ist der Callum? Irgendwas spackt mit mir. Was ist der Callum? Was ist der Callum? Ach, sicko, wisdom! Ach, sicko, wisdom! Du bist der... Oder fehlt der Mighty Carter-Fisch! Hahaha. Hahaha. Oh mein Gott, ich bin viel zu breit. Hahaha. Hahaha. Ach du Scheiße. Das ist das, was ich hatte schon für den Film vorkam. Ich würd' ja, aber ich bin viel zu breit. Ich bin viel zu breit. Ich bin viel zu breit. Preis zum Garten. Hahaha. So ein Sack. Er ist einfach aus meiner Explosion rausgenommen. Was denkt er sich eigentlich? Ja. Er geht jetzt erstmal... Er geht nicht sterben. Er geht nicht sterben. Warum auch? Hahaha. Warum auch? So ein Dreister wie A-Stat. Jetzt glaub ich's aber. Echt? Hahaha. Das wird immer besser. Du gehst jetzt sowas, na endlich. Du gehst jetzt sowas von Kacken. Ich wirklich Jungs. Irgendwer visiert mich ja schon wieder an und mag mich nicht. Das ist nicht gut. Der muss... Natürlich rappt er seine Schöne genau wieder in dem Moment. Was denn da los? Scheiße. Ich darf das nicht mehr sagen. Armit, was ist da los? 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 Und da oben chillt irgendwer so ein weiß Pilot, der mich die gesamte Zeit mit seinem... äh... fucking Raketen... Schüssel... zu spanned. Das ist ja... Oh mein Gott, das ist dein Titan und der steht neben mir und das ist nicht gut. Aber er ist nicht sehr schlau, denn er bleibt in meiner Explosion einfach stehen. Und deswegen mach ich ihn jetzt kalt. Und auch nicht. Oh Gott, ich hab... Was? Armit, dein Wechselbad der Gefühle. Ja, hallo. Armit, dein Wechselbad der Gefühle. Armit, dein Wechselbad der Gefühle. Nein, 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 nein. Du mieser Wechsel. Nein. Doch. Oh, nein. Oh, was? Warum stirbst du nicht? Ja, wenn's halt so ist. Ja, wenn's halt so ist, warum stirbt der nicht? Das entzieht sich meiner Logik. Also im Prinzip würde der Adapter sogar drauf passen, aber das Schiff ist einfach nicht ausgelegt auf so große Adapter. Was soll das bedeuten? Es funktioniert nicht. Dann müssen die Adapter am Schiff, also der Adapter scheitert's nicht. Sie haben Krebs. Oh ja. Wie bitte? Also ich muss das Schiff ausbessern. Bin schon auf dem Weg. Ich weiß nicht, was ich ausbessern. Ist dein Schiff inzwischen eigentlich fertig, Adi? Ähm. Darf ich mit Nein antworten? Nein. Du hast die letzten zwei Stunden gar nicht weitergebaut. Doch, ich hab weitergebaut. Die ganze Zeit. Aber ich bin immer noch am Außenrand. Ich bin immer noch am Außenrand. Du warst, aber ich weiß noch nicht genau wie. Letztlich Jimmy. Ja, in 30 Sekunden ist mein Titan einsatzbereit. Was wollt ihr nur tun? Ähm. Es wird, äh. Kopfschort, Reime, Jungs, Reime. Was wirst du machen überall im Titan? Nein! Gute Reime, gute Reime. Überall ist PG-13. Überall ist PG-13. Was ist denn PG-13? Was hab ich schon wieder verpasst? Einfach ne Altersbeschränkungen. Wie USK. Was? 12, glaub ich. Nur in Amerika. Ja, wie USK. Ja, ich hab jetzt grad G. Ja, keine Ahnung. Wie nennt sich das? J, 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 verwechselt. Ja, 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 ja. Ich hab auch dann PG-13. Ja, 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 ja. Ich hab auch dann PG-13. Ja, 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 ja. An. Du bringst mal einster, ja, 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 Peter Kadeel. ausgestiegen und ist erfasst er nicht und wohl überhaupt Lode fast nicht die Lode erfasst sich ich habe es schon mitbekommen er hat daneben geschützt er haben Barsts auch Lohmbrücker Bewerber 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 was schon ich muss jetzt ist ein Spiel und das ist ja kein Spiel so lange ich will dass die Realität ist die haben überliebt es einfach ich bin um mein Gott es ist ein Teil der ist böse irgendwas blockiert mich hier wieder was hat den Container dahingestellt der ist so gut ich habe ihn nicht bekommen nein da oben ist dieser scheiß behinderte Pilot der endlich tot das hat sich gereimt das hat sich gereimt ist gut ja das hat sich gereimt ich lass das mal einfach sehen ich kann bestätigen dass es sich gereimt hat er stirbt nicht er stirbt nicht er stirbt nicht er stirbt nicht er stirbt jetzt alle hier es ist halt jetzt sowas von tot also ich bin bei dem Modul das du gebaut hast ich seh dich aber nicht klar ja 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 was auch immer coole moves so geht man bei Kallo mit seinen Kunden um bei der Telekom mein Router ist kaputt ja 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 das sagen viele ja ja das sagen viele das Problem ist bekannt das sagen viele ja das ist dein bekanntes Problem ich schau mal eben ich bin ein Techniker vorbei ich bin ein Techniker vorbei wer ist schon mit 7 Uhr Morgen er ist bereits tot in zwei Monaten am Dienstag um 7 was ihr könnt da nicht was können nicht oh nein leider alle unsere Techniker besetzt jewel aussteigen 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 los nicht nur noch österreich mehr nehmen mehr auf der Zulaufbundung bis den Piloten zu laufen und du bist ein stammt müssen zu machen du bist zu laut kann um stell leise was ist das Internet du kannst Leute hier leiser stellen das Internet Das ist dein Spektrum, ich habe noch versteht, was das mit diesem Mysterium meines Systems auf sich hat. Das Internet, unermessliche Wahrheit. Oh shit. Damit bist du immer noch up to date. Alles explodiert, was da los ist, oh Gott. So sehr Neuland, auch wieder, nervergiftet. Dafür ist Deutsch Neuland, ich sehe schon. So wäre Neuland auch nicht wieder, ja. Dafür ist Deutsch Neuland, verdächt' ich sie schon. Hä, was fehlt? Ach du Scheiße. Dann tun sie sowas. Was ist das mit One-For-All? Ich krieg' nur Abfahrt-Mirror-Matches, ich hab gehört, ihr wollt alle Niederley spielen. Oh, Niederley hört sich nach einer guten Menge Spaß an. Oh nein, tut mir leid, das ist ja genau das Gegenteil. Mein Fehler. Du kannst aber jetzt nicht datschen, das ist unmöglich. Ich schätze, das macht Spaß? Ich weiß es nicht, ne? Nein, 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 die ganze Ladung geht. Wieso? Ich glaub, ich beende den Ersatz lieber nicht. Was beendest du? Hier wird nichts beendet. Hier wird nichts beendet. Oh Mann, hast du mich so gefreut zu spielen. Ich werde heute meine beste Folge bisher rausbringen. Oh, nope. Minus ein Cast Scrapper. Verdammt, konnte das denn passieren? Alter, der arbeit Titan, der wird hier so gemobbt. Na, warum sieht das nicht gut aus? Na ja. Ganz im Ball ein Gang, der wurde gemobbt. Ey, was? Was war? Was war der schlechte Witze? Ich hab ihn jetzt gar nicht getrennt. Danke. Good fucking job. Hat er irgendeinen... Hat er auf Wishwap oder sowas eher gemacht oder was? Ja, ja. Ja, genau. Ach, ein Gang der... Oh, jetzt... Uh, okay. Jetzt sieht das natürlich aus. Du hast vorhin nicht gefragt, ob ich schlecht mitdrinken kann. Jetzt hab ich ihn gebracht. Genau, Hose, Carlo. Komm, getrankt. Oh shit, nein, warum würde er das nicht tun? Ach, der gehört zu mir. Zeit und Todgewalt. So, egal. Das waren jetzt drei Matches. Und ich glaube, damit ist es hiermit auch schon wieder vorbei und shit. Sag mal tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Nein. Tschüss Internet. Vergesst nicht die ganzen Scheiße rauszuschneiden. Oh man. Oh man. Wie mache ich jetzt hier Aufnahme aus? Extras? Aufnahme? Wait, pal. Oh man. Aufnahme crab == Ich Swiftie auch ner Wisdom. Und wir befählen doch Mighty Kotterfisch. Vielen Dank.